Remo steht für absolut Spitzenqualität in der Eisherstellung. Meine Familie hat das immer betrieben. Ich bin in so ein Ding geboren hier. Wir bestellen unsere Ware direkt aus Italien. Wir gucken dann, was fehlt. Und dann im Laufe des Tages, wo ich die paar Minuten Zeit finde, klickt, klickt auf Internet, passt das, willst du das? Und dann habe ich spätestens nach zwei Tagen meine Ware hier, ganz frisch aus Italien. Ich finde, Internet ist ja deswegen ja gut. Man spart Zeit, ob das jetzt Nachrichten gucken, schnell, weil ich arbeite so viel, ich kann nicht mehr die Nachrichten im Fernseher sehen. Man weiß nicht, was in der Welt passiert. Super, Internet ist super.